Ich heiße Peter Ivanoff und bin Experte für virtuelle Teams. Ich unterstütze Manager, sogenannten Virtual Power Teams aufzubauen und erfolgreich zu führen. In meinen 20-jährigen Erfahrungen als Manager in global tätigen Unternehmen habe ich viele Virtual Teams in Ost- und Westeuropa, Zentralasien, Mittleren Osten und Afrika geführt. Virtual Teams zerstreut über Kontinente, Zeitzonen und aus verschiedenen Kulturen. Ein Virtual Team kann man mit einem Atom vergleichen, in dem es einen Kern und verschiedene Teilchen gibt, die sich gegenseitig anziehen. In einem Virtual Team geht es darum, die Anziehungskraft trotz der Distanz zu erhalten. Die Anziehungskraft zwischen den einzelnen Teilchen, den Mitgliedern und auch dem Kern, dem Ziel eines jeden Teams. Haben Sie auch ein Virtual Team in Ihrem Unternehmen? Haben Sie Interesse an hochmotivierten Mitarbeiter, die mit viel Freude eine Top-Leistung als Team bringen und somit hervorragende Geschäftsergebnisse erzielen? Über die Jahre habe ich ein hochwirksames Konzept, The Ten Big Rocks, entwickelt. Das sind durch Praxis erhobte Erfolgsfaktoren, um die Anziehungskraft zu erhalten und die Stärke eines jeden Teams freizusetzen. Gerne unterstütze ich auch Sie und Ihr Unternehmen als Keynote-Speaker und Coach, um die Stärke Ihres virtuellen Teams zum Leuchten zu bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017